Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo von mir. Ihr seht es am Titel, ihr seht es vielleicht auch schon am Namen, ich habe meinen Namen geändert. Ja, ich habe meinen Namen geändert und ihr kennt den Namen wahrscheinlich. Ich finde den so geiler und ich werde das Titelbild auch noch, also das Bild noch anpassen. Das kommt in den nächsten Tagen noch, weil ich am Wochenende nicht da bin. Kommt das in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Und ja, was gibt es so für Infos? Genau, erstens wegen dem Namen. Zweitens, ich will, ich will wirklich, wirklich, warte, ihr seht gleich auch eine Seite, warte, da wo ich halt vote. Ich will jeden Tag ein Video bringen. Das möchte ich jetzt wirklich, wirklich beibehalten und heute ist ja Freitag, für Samstag, Sonntag habe ich schon ein Video. Äh, das heißt, ähm, ja, für da habe ich auf jeden Fall ein Video. Da kommt nämlich was, was ich auch lange nicht gespielt habe schon. Und was sehr cool ist, ich freue mich schon drauf, wie das bei euch ankommt. Und, ja, ähm, was gibt es sonst noch für Infos? Genau, ich werde jeden Tag ein Video machen und Ende des Jahres, am 27.12. fahre ich nach Paris. Und, ähm, da möchte ich gerne vielleicht mein erstes, ähm, oder meinen ersten Vlog machen. Ich weiß noch nicht, ob ich den wirklich mache. Ob ich auch, ähm, wirklich dann mein Face zeige oder nur halt die Umgebung und so. Äh, weil wir, äh, fahren mit dem Auto dahin. Wir fliegen noch nach Genf, falls ihr mal in Genf nicht kennt, ist in der Schweiz, Grenze zu Frankreich. Und, äh, ja, da möchte ich gerne Vlogs machen. Und ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich hoffe natürlich, dass das klappt. Und wäre natürlich mega geil, wenn das klappt. Weil wir wissen es noch nicht wegen Corona halt. Also, wir haben es schon gebucht und so. Ich fahre da nicht allein hin, sondern mit meinem Freund. Und, ähm, oh, ich hab fünf. Die öffne ich gleich, äh, so. Äh, und, ja, das waren eigentlich die Infos, die ich wollte. Genau, Paris, das hatte ich. Jeden Tag ein Video hatte ich. Ähm, genau, und, äh, Streams, ähm, kann ich derzeit leider noch nicht sagen, wie, wann, wo, warum. Das halb, äh, das kann ich noch nicht so genau sagen. Genau, und, ähm, ich werde auf diesem Server hier, ähm, spielen. Also, weiter spielen. Nicht, dass, äh, keiner denkt, weil ich keine Videos dazu mache. Kommt natürlich, äh, nicht weniger, äh, weniger, äh, oder ich spiel jetzt hier gar nicht mehr auf dem Server, weil keine Videos von mir kommen. Hier kommen noch Videos von, wenn ich wollte auch mal was anderes bringen. Und, ähm, ja, das ist so ein Info-Video. Und, ja, ich hoffe, es hat euch das Video-Info gefallen. Vielleicht, genau, am Ende noch, es kommt vielleicht ein, ähm, Spezial-Video, was ich sehr geil finde. Davon muss ich aber noch auf eine Antwort warten. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye.